Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session wieder von Dead by Day 8. Wie versprochen mache ich in dieser Folge als Opfer. Beim letzten Mal hatte ich ihn eigentlich an. Jetzt ist er ein bisschen bei den Beinen. Ich bin bereit für eine gute Annahme. Ich habe mich ja total verkackt. Ich habe heute ein neues Seiden. Und da ist er wohl etwas spannender. So, ich nehme hier zum Beispiel eine Figur. Der sieht ein bisschen aus wie ein... ...Glaublich. Ich sag mal. Da ist wieder ein Ermittler von Dead by Day 8. Das heißt, er ausgeht wie den Namen von Dead by Day 8. Dann kommt der Fall weiter. Und da ist er halt mehr. So. Ausstattung haben wir schon mal. Und da ist ein Bluby-Ball. Ich bin der Fall für mich. Wunderbar, da brauchen wir schon mal die Reeds. Guck mal hier, jetzt bin ich wieder alleine hier. Was ist das denn jetzt? Warten. Wie lange denn noch? Please hold the line. Wie in einer Service-Hotline? Ja. Warum baut wieder alle drei Leute ab? Keine Ahnung. Habe ich ruhig gehoben. Stink ich oder so. Der Mann 1994 schreibt, hey. Ich schreibe hier mal. Freund. So. Also einer hat sich mal ein bisschen mehr jetzt. Zwei jetzt sogar. Abwarten. Wenn das jetzt noch losgeht. Dann ist es wieder gut. So. 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 Hmmm. Fünf Striche. Wir sind alle die Stricher. wir warten jetzt ab bis wir gespawnt werden und dann müssen wir gleich alle Aggregaten freischalten, so wie es geht und dann am besten nach zwei Türen auf einer Wahl stellen das kriegen wir schon hin wenn ich am ersten Mal verkacke, dann verkacke ich halt ich wie gesagt bin halt der geborene Killer ne? ja, so wie es aussieht haben wir ein bisschen Serverprobleme heute naja, wir haben ja auch Sonntag ne? es gibt halt weltweit zu viele Zocker die halt zu viel Kaffee trinken oder Pfeifen rauchen oder Zigaretten was, was ich ha faulige Felder Cold Wind Farm so ich bin da Hallöchen jetzt seht ihr mich ja auch gut dann wollen wir mal gucken jetzt ist doch alles in Ordnung oh Herr das hört sich nach einer Krankenschwester an die will wohl mal die Herzen abfüllen die kann mich aber mal die schmeiße ich auf dem Orologenstuhl und schwefe sie ein so hier macht's möglich gut hier ist zurzeit also nix da vorne ist ein Aggregat da ist ein Feuerchen da können wir mal nochmal ähm ein bisschen Gulasch von Schappi mal grillen gedampft sowieso die Bluse so lange man das Herzklappen nicht hört da ist alles perfekt ah hier wunderbar Feuerholz ist aufbrennen gut dann ducken wir uns mal ich schreie die Stimme in Hörtlundschwung Traitor wer bist du denn? Madur ohh oh scheiße scheiße f�� az F brasile ich wusste es lass mich in Ruhe ja w cousin ever Ähm, du bist so hässlich wie die durchgebratene Frikadelle. Was haben wir hier gesagt? Ja. Ja. Gleich am Abend. Hast du was du willst? Bisschen Stüchseln, Rösteln, Salatenmüll auf der Welt. Ja. Und wie früher. Cool. Kameradschaft. Guck dir das mal an. Danke, mein Großer. Falls du mich hörst. Hä? Öh! Schon wieder, ey. Alter, kauf dir mal Tampoxen, Hure. Wieso immer ich? Ey. Das kann man doch nicht angehen, ey. Oh, die kommt jetzt. Toll. Ich zahle sie ein, wie der Name bist du. Ja. Bisschen Stüchseln, der Killer. Ja. 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 Du von der tisch auch jemand Arsch. Ja. Joakua. Ja, da waren sie ganz klar dir. Ja, ganz klar. Ja, nein. also spielergebnis ja 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 1 2 3 3 4 5 8 8 9 10 10 12 12 13 14 16 15 14 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020